Moin Moinitio, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags Locals und heute schließen wir den Metamerts ab mit Paleozoischen Fröschen. Ein Deck, was ich letztes Jahr in der GYL zum ersten Mal ausgepackt hatte im allerletzten Spieltag, damals nur mit dem Support aus The Dark Illusion. Mittlerweile mit etwas mehr Support, mittlerweile deutlich stärker geworden als wir es damals gespielt haben. Und ich dachte mir, dass wir ein wunderschöner, runder Abschluss dann nochmal für den Metamerts wollen, weil es sich um ein Deck handelt, was die letzten zwei YCSS hintereinander gewonnen hat. Da dachte ich mir, kann ich es nochmal auch ausprobieren. Und ja, wir haben tatsächlich den Metamerts jetzt, wir haben im Februar angefangen und im April beendet. Ging ein bisschen hin und her, eigentlich wollte ich das Deck schon am Montag bei Eulie spielen, noch unter alter Bandlist, konnte ich aber nicht, weil Slash noch von mir zwei Frösche hatte, beziehungsweise zwei Kröten aus dem Extra Deck. Dadurch wollte ich nicht mit einer Kröte spielen, das war ein bisschen richtig arm gewesen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich warte dann bis zum Samstag. Und dann spielen wir dieses Deck. Und da wir das ja zum ersten Mal gespielt haben, würde ich sagen, ja, erkläre ich mal wieder ein bisschen, wie diese ganze Deck-Strategie dahinter ist. Für einige Leute, die halt das Deck noch nicht kennen oder kennenlernen möchten. Und ja, was ist der Paleozoisch-Teil? Paleozoisch ist ein sehr witziges Thema, es hat keine Main-Deck-Monster. Aber dann doch. Wie man dazu kommt, werden wir gleich im Deck-Refile erfahren. Zuerst kommen wir zu der Frosch-Engine. Da spielen wir dreimal den Austausch-Frosch, dreimal den Täuschungs-Frosch und zweimal die Ronenkröte. Relative Standard-Verteilung für dieses Deck. Ich habe mich dafür entschieden, nur zwei Ronenkröten zu spielen, weil drei sind mir ein bisschen zu viele. Mit zwei kann man schon weit genug arbeiten und keine der weiteren Frösche, weil ich wollte eigentlich nur die ganzen Zweier haben, weil damit kann man schnell auf gute Rang-2-Monster gehen. Das ist halt das Hauptthema dieses gesamten Deckses. Und durch den Support, den wir in Invasion Vengeance bekommen haben, haben wir zwei sehr schöne Extra-Deck-Karten für beide Themen-Decks, für die Frösche und für die Paleozoisch bekommen, nämlich den Paleozoischen Opabinia, auf den werden wir noch gleich kommen, und auf die Krötlich umwerfend, die halt Teil dieses Decks mehr oder weniger da ist. Und über Austausch-Frosch können wir halt relativ schnell zwei Zweier auf dem Feld kriegen, um halt für einen dieser beiden Monster als Beschwörung zu bekommen. Der Täuschungsfrosch ist super, weil er halt quasi unsere ganzen Monster auf dem Spielfeld schützt und quasi alle Angriffe auf ihn lenkt, und wenn er dann zerstört wird oder auf den Friedhof gelegt wird, suchen wir uns dann wieder einen Austausch-Frosch. Und Ronenkröte ist halt diese tolle Karte, die halt immer wieder aus dem Friedhof kommt und immer wieder weiteres Exis-Material bringen kann, was so halt allgemein diese Standard-Kombo ist. Und ja, das war's auch schon mit dem Main-Deck. Mehr Monster spielen wir nicht, das ist ja sehr, sehr wenig. Liegt unter anderem, ja, auch an dem, ja, Zauberkarten-Teil. Da werden sich jetzt viele wahrscheinlich wundern, weil das eine Variante ist, die vielleicht weniger auf der Turnierszene gesehen wird. Das liegt daran, weil ich einfach mehr oder weniger im Zauberkarten-Bereich mehr eine Ghetto-Variante gebaut hab von dem Deck. Das seht ihr daran, dass ich Karte des Untergangs spiele und nicht dreimal den Topf der Habgier oder Begierden, weil ich den halt nicht hab und deswegen musste ich mich damit abfinden mit dem, was ich halt gerade nächstliegend da hab. Und ich hab mich dann dafür entschieden, dann dreimal die Karte des Untergangs zu spielen. Ja, als quasi Ersatz für den Topf der Begierden, weil der in diesem Deck eigentlich relativ cool ist, weil man spielt halt sehr viele Fallenkarten und welche man davon im Endeffekt dann verbannt, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man kriegt das schöne Plus damit und kann dem Gegner halt quasi den Vorteil rausspielen. Ich hatte halt jetzt nur die Wahl für Karte des Untergangs. Karte des Untergangs wird auch normalerweise auch in diesem Deck gespielt, wenn man es mit 60 Karten spielt. Das hab ich auch hier nicht gemacht. Ich hab eine 40-Karten-Variante gespielt, weil ich halt nicht Nachbars Gras das Grüne hab. Deswegen hab ich gesagt, okay, dann spiel ich die 40-Karten-Variante mit Karte des Untergangs. Das haben wir nämlich genau auch letztes Jahr in der GYL gespielt. Damals hab ich auch mit Karte des Untergangs das Deck gespielt und deswegen haben wir auch so einen relativ lowen Monster-Count. Und dadurch kommt meistens Karte des Untergangs nicht so tot, dass man nicht so viele Karten abwerfen muss und hat mit den Fröschen halt, ja, quasi die Monster, die man halt haben möchte auf dem Spielfeld und der Rest sind dann Fallenkarten, die man halt setzen kann und dann, oder beziehungsweise auch sogar aus dem Friedhof benutzen kann. Deswegen dreimal Karte des Untergangs. Für einige ist das vielleicht ein bisschen Ghetto, weil es wahrscheinlich die schwächste von den drei Karten, wie die ich halt genannt hab, mit Topf der Habgier und mit Nachbars Gras das Grüne ist. Aber ich hatte halt nichts Besseres und hab gesagt, ich nehme dann Karte des Untergangs. Ist immer noch eine schöne Karte, ich finde sie in einigen Situationen, vor allem im First-Turn finde ich sie halt auch in diesem Deck teilweise besser als Topf der Habgier, weil man halt sehr schnell sein Deck dann quasi leerballert in der 40-Karten-Variante. Wir haben ja eine YCS Atlanta gesehen, da hatten wir eine 40-Karten-Variante von diesem Deck gewonnen statt dreimal Karte des Untergangs mit dreimal dementsprechendem Topf. Ist, glaube ich, persönliche Präferenz auch. Ich hab den Special Summler im First im ersten Zug, den die halt auffällt, meistens nicht gebraucht, weil das Deck halt durch diese ganzen Fallenkarten eigentlich so viel Setup machen kann, sodass man im nächsten Spielzug auf jeden Fall ordentlich Feld hinlegen kann und theoretisch halt immer eine Zwei-Karten-Kombo für kürtliche Umwerfen mit Austauschbrauch sowieso immer auf eine Starthand haben kann. Da kann man auch mal einfach Karte des Untergangs setzen und im nächsten Spielzug dann nutzen, falls man es braucht. Bei den weiteren Spells haben wir dann am Ende einen Emporkommling-Goblin, weil ich halt so eine Ghetto-Variante spiele, damit ich halt noch ein bisschen mehr Deck-Finning habe und ein Rageki und ja, das war also ein bisschen Monster-Remove. Falls da irgendwelche Monster sind, mit denen ich Probleme habe, kann ich die direkt removen. Und das war es auch schon mit den Zauberkarten. Wie ihr seht, sind sowohl Zauberkarten als auch Monsterkarten-Mengel relativ geniedrig. Das liegt daran, weil wir so einen fetten Haufen an Fallenkarten spielen. Jetzt kommen wir auch zu dem Paleozoisch-Teil, was quasi dieses Deck ausmacht. Hier haben wir die Paleozoisch und ich würde einfach mal alle erstmal kurz hinlegen und erklären erstmal, was die machen überhaupt und was überhaupt die Deck-Strategie in dem ganzen Deck ist für Leute, die noch keine Ahnung haben, was die machen. Wir spielen dreimal Paleozoischer Olenoides, das ist der mystische Raumteifung des Decks. Dann haben wir dreimal Paleozoischer Kanadier, das ist dreimal das Buch des Mondes des Decks. Dann spielen wir dreimal Paleozoischer Dinomichus oder Dinomichus. Keine Ahnung, wie man den genau ausspricht. Auf jeden Fall sagt man nicht fünfmal Dino vorher. Das ist unser Schicksalsschlag quasi von dem Karteneffekt her und das ist dreimal Paleozoischer Marea oder Marella. Das ist unser törichtes Begräbnis oder törichte Begräbnisbeigaben für dieses Deck. Was sind Paleozoisch überhaupt? Paleozoisch haben im Main-Deck keine Monster eigentlich, sondern nur im Extra-Deck haben sie richtige Monster, die Monster sind. Im Main-Deck haben sie Fallenkarten, die zum Monster werden können und sich aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung als Monster beschwören können. Wir haben ja seit Arc 5 haben wir so den kleinen Abgang von Fallenmonstern erlebt, dass es nicht mehr so viele Fallenmonster mehr gibt, die wirklich sich an die zaubernd Fallenkarte-Zone noch binden, sondern an Monster wie zum Beispiel bei den Phantomrittern oder bei den Monarchen, dass Monster dann tatsächlich aus dem Friedhof kommen und dann wirklich einfach nur noch als Monster gewertet werden. So funktionieren die auch. Alle diese Paleozoisch-Fallenkarten kann man aus dem Friedhof Spezialbeschwören. Wenn eine Fallenkarte bei sich oder bei dem Gegner aktiviert wird, dann kann man eine davon am Friedhof anketten und diese dann als Spezialbeschwörung beschwören. Man muss dabei beachten, dass alle Paleozoisch in dem TCG-Bereich falsch geprintet wurden oder gedruckt worden sind. Bei denen steht überall als Pflichteffekt, dass sie sich als Spezialbeschwörung beschwören. Das sind sie nicht. Sie sind alle ein optionaler Effekt und sie müssen direkt auf die Aktivierung einer Fallenkarte aktiviert werden. Das kann immer nur eine Kopie sein. Sprich, wenn man, sagen wir mal, eine Fallenkarte aktiviert und der Gegner aber sowas wie Max-C oder so ankettet, dann kann man keine dieser Paleozoischen aus dem Friedhof aktivieren. Damit kann man ein bisschen die Taktik dieses gesamten Decks aufhalten. So, man kann diese ganzen Monster als 1200 Angriffspunkte Aquamonster aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung beschworen, als normale Monster mit null Verteidigungspunkten und wenn sie das Spielfeld verlassen würden, werden sie dann stattdessen verbannt. Und die Aktivierungsbedingungen, dass sie sich aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören können, liegt daran, dass man eine normale Fallenkarte hat, an die man anketten kann, aktiviert. Konterfallenkarten kann man jetzt nicht aktivieren und dann Spezialbeschwören sich auf dem Friedhof. Das ist ihr Friedhof-Effekt und ihr Feldeffekt ist der, den ich gerade genannt habe. Mystische Ramterfun, Buch des Mondes, Schicksalsschlag oder theoretische Begegnungsbeigaben. Hier ist es wichtig zu beachten, das sind keine Kosten, das Abwerfen, das ist Teil des Effekts. Ansonsten würde es ein bisschen komisch werden, wenn es Kosten wären, man könnte theoretisch eine Fallenkarte abwerfen und könnte zum Beispiel eine Ollinoides abwerfen und die theoretisch direkt an den Dinomychus wieder anketten, wenn das so wäre. Das ist ein bisschen rulingtechnisch, ich wäre ein bisschen kritisch. Das ist unser Mystische Ramterfun oder Staubstornado, ich habe besser gesagt so ein Staubstornado, quasi vom selben Effekt. Buch des Mondes ist sehr, sehr schön, man kann sehr viele Plays, vor allem bei Zodiacs, aufhalten und der Marella ist sehr, sehr schön, weil er halt wieder weitere Paleozoische oder andere Fallenkarten in den Friedhof legen kann, mit denen man dann weitere Plays in den nächsten Zügen halt machen kann und ist eine meiner Lieblingskarten tatsächlich, weil sie sehr viel Setup bringt, weil sie theoretisch halt zwei Paleozoische in den Friedhof legt und damit halt man sehr schnell an weitere Monster aufs Feld bekommt. Und da man halt diese ganzen Monster beschwören möchte, hier spielt man halt sehr viele normale Fallenkarten, auf die man halt gerne mit dem Paleozoischen in den Friedhof anketten möchte, weil wenn sie halt als Zweier Aqua dann auf dem Spielfeld sind, ist das ganz praktisch, weil man kann sie dann halt wirklich für die Karten, wie den gerade eben genannten Opabinia benutzen oder für die Krötlich Umwerfend, die halt eine sehr, sehr starke Karte ist, auf die wir gleich nochmal dazukommen, wenn wir im Extradeck sind. Also 12 Paleozoisch, das Deck hat natürlich deutlich mehr Paleozoisch-Karten theoretisch zur Verfügung, teilweise spielt man mehr, wenn man eine 60-Karten-Variante spielt, spielt man noch ein paar der anderen, zum Beispiel Leon Kolia, der wird sehr oft gespielt, um verbannte Karten wieder zurück ins Deck, in den Friedhof zu packen, weil man halt oft mit Topf der Harpgear spielt, oder Begier, ich weiß nicht, Begier heißt es auf Deutsch, dass man die wieder zurückpacken kann, das ist dann sehr, sehr praktisch, die anderen sind halt eher optional und das sind so die Vierer-Variante, die vier Jungs, die ich bei mir in meinem Deck spielen wollte. Eine weitere normale Fallenkarten, die ich spiele, ist eine stürmische Spiegelkraft und eine bebenische Spiegelkraft. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, einige dieser gegnerischen Monster loszuwerden, da kann man diese Karten sehr gut nutzen, weil man meistens fünf Karten set hat, ist es auch für den Gegner sehr schwierig, ja, zu analysieren, wo ist vielleicht eine Karte, die vielleicht nicht ankettbar ist, weil diese Karten sind ja nicht wirklich ankettbar, sondern in der Battle-Phase nutzbar, deswegen kann man die immer schön maskieren und können den Gegner halt immer schön überraschen in der Battle-Phase, indem man halt vor allem seine Monster tiefnagelt, einfach aufs Brett oder aufs Spielfeld und dann mit Spiegelkraft wieder zurück alle auf die Hand gibt. Es ist sehr, sehr schön gegen Extra-Deck-Decks, die dann halt sehr viel dann, ja, Feldpräsenz dann wieder verlieren dadurch. Dann kommen wir zu einer Karte, die mehr oder weniger fast immer drin gespielt wird. Und, ja, Toll-Königier, ich bin so froh, dass ich die endlich mehr spielen kann. Ich glaube, hier habe ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt. Das sind die, die ich direkt aus dem Dark-World-Deck genommen habe. Ja, Dark-Worlds habe ich Ende 2015 gespielt. Toll-Königier ist eine sehr, sehr schöne Karte, dadurch, dass man sehr viel Spezialbeschwörte im gegnerischen Spielzug durch die ganzen Paleozoisch, kann man damit halt auch direkt die Paleozoischen Friedhof mehr oder weniger aktivieren und die dann aus dem Friedhof holen. Und damit kann man ein bisschen auch den Nachteil von Toll-Königier ein bisschen, ja, ausspielen mit Karte des Untergangs, weil wenn man eine Karte des Untergangs zieht, hat man quasi mehr oder weniger eine zweite Draw-Face wieder trotzdem in seinem Spielzug, auch wenn man die skippt und mit mehreren Toll-Königier kann man halt noch mehr Vorteil relativ schnell aufwarten, wo man zwei oder drei davon öffnet. Und natürlich ist der Vorteil ziemlich enorm, wo man halt sechs Karten direkt ziehen kann, was ziemlich geil ist. Und Karte des Untergangs kann quasi mehr oder weniger die Draw-Face dann wieder im eigenen Spielzug wieder weitersetzen, indem man halt diese ganze Paleozoischen in dem gegnerischen Spielzug beschwört. Sehr, sehr schöne Karte, unkettbar, sehr, sehr gute Sache. Dann kommen wir zu einer Karte, die tatsächlich das Deck nochmal etwas spielbarer gemacht hat seit Invasion Vengeance ist, oder nach Invasion Vengeance ist aus Raging Tempest, ist der verschwundene Wind, ist eine sehr, sehr schöne Feindkarte, die gegen Exadec-Decks sehr viel Kontrolle ermöglicht und in diesem Deck halt relativ suchbar ist quasi, weil man mit Marella sie direkt in den Friedhof legen kann und wenn der Gegner ein Monster aus dem Exadec spezialbeschwört, kann man sie direkt wieder aus dem Friedhof setzen. Es wird dann quasi eine suchbare teuflische Kette mit Attack und Defense zur Manipulation, was ziemlich praktisch sein kann und deswegen spielt man auch drei, weil man kann sie halt immer auf dem Friedhof mit Marella legen und hat damit quasi direkt die Karte meistens den Zugriff darauf, wenn man gegen ein Deck spielt, was mit einem Exadec spielt, was sehr, sehr schön ist. Und sie ist halt auch eine normale Fallenkarte und man kann quasi mehr oder weniger mit einer, zwei Paleozoische aus dem Friedhof holen, weil man kann sie halt mehr einmal normal aktivieren, wenn man sie set hat und dann noch einmal, wenn man sie aus dem Friedhof wieder gesettet hat und dann nochmal aktiviert. Was auch ganz gut ist immer, wenn man mit Karte des Untergangs sie zieht und man hat halt mehrere Karten in der Hand wie ein paar Paleozoische und sie, kann man selbst entscheiden, welche man davon in den Friedhof schicken will, weil die Paleozoisch, die machen was im Friedhof, sie macht was im Friedhof, da ist es gar nicht so schlimm, wenn man eine von diesen beiden eventuell im ersten Spielzug dann auf dem Friedhof legen muss, weil die kommen dann aus dem Friedhof dann auf irgendeine Art und Weise trotzdem wieder. Und dann kommen wir zu dem Nicht-Ghetto-Teil wieder des Decks, zu den Fallenkarten, und dann spiele ich die volle Banane. Dreimal Dimensionsbarriere, wenn man gegen Decks spielt, wo sie nichts macht, zum Beispiel gegen Infernals oder so, dann flippt man die um, sagt Rituale und holt dann einfach so langsam seine Paleozoisch aus dem Grave. Sie ist eigentlich nie wirklich tot, man holt entweder Paleozoisch raus oder hält den Gegner wirklich auf und holt Paleozoisch nebenbei raus, ansonsten nervt man den Gegner damit schön. Dann dreimal feierlicher Schlag und eine ernste Warnung, einfach nur um alle Plays vom Gegner aufhalten zu können. Wenn man eine Konterfeind-Karte aktiviert, kann man keine Paleozoisch rausholen, ist aber trotzdem eine sehr schöne Stunt-Karte Infernals spielt, möchte man unbedingt diese Karten in der Starthand sehen. Das haben wir auch, glaube ich, im Finale des 60-Karten-Paleozoisch-Spiels in Prag gesehen gegen Infernals. Das hält halt Deviati auf und die ganzen dicken Bossmonster, die halt das gesamte Feld sprengen wollen. Man möchte halt nicht die gesamte Backrow in einem Effekt verlieren. Daher sind diese Karten sehr, sehr wichtig und essentiell, um sowas aufzuhalten. Das ist das Main Deck. Sehr stark fallenastig, wo man zeigen möchte dagegen. Denkoseka oder Jinso laden ein. Das macht dem Deck schon manchmal ein bisschen Probleme, dagegen anzukommen. Kurz kommen wir zum Extradeck, zu den sinnvollen neuen Erweiterungen, die wir seit der GYL bekommen haben. Einmal den Opabinia, den spielen wir gleich dreimal in dem Deck. Ist eine sehr, sehr wichtige Karte. Ermöglicht uns, unsere Paleozoisch-Fallenkarten direkt von der Hand zu aktivieren, solange er auf dem Spielfeld ist, was ziemlich praktisch ist. Auf einmal werden Fallenkarten zu Zauberkarten. Dann ist auf einmal so ein Opabinia wirklich ein MST. Ein Olenoid ist auf einmal wirklich ein MST. Und wenn das Ding eine Fallenkarte als Exis-Material hat, kann man ein Exis-Material abhängen und sich direkt eine Paleozoisch-Fallenkarte vom Deck der Hand hinzusuchen. Was sehr praktisch ist, weil man kann natürlich direkt eine Fallenkarte nehmen, dessen Effekt man gerade braucht, und sie direkt auch von der Hand aktivieren, was sehr, sehr, sehr gut ist. Dieser Effekt ist natürlich auch einmal pro Spielzug zum Suchen, ansonsten wäre die Karte ziemlich gaga. Und ist eine der wichtigeren Karten. Mit 2-4-Deaf hat sie auch eine sehr solide Verteidigung. Mit 0 Angriffspunkten halt natürlich nicht sehr, sehr schön von den Angriffswerten. Und ist wie jedes Paleozoisch-Monster auch unberührt von Monster-Effekten, was sehr, sehr gut ist. Das ist in einigen Matchups ziemlich gut, weil dann kriegt man die halt, muss man die halt schon über Zauber- und Fallenkarten loswerden oder über ein Monster, was stärker ist. Und sehr, sehr wichtig ist halt dieser Effekt, dass man sich eine Fallenkarte suchen kann und direkt von der Hand aktivieren kann. Das ermöglicht halt quasi mehr oder weniger die ganzen Paleozoisch-Karten von der Hand zu aktivieren und direkt die anderen Paleozoisch aus dem Friedhof direkt wieder rauszuholen in seinem eigenen Spielzug, ohne wirklich Vorteil zu verlieren. Dann spielen wir einen der originalen Paleozoischen, den Andomalo Caris. Der braucht drei Materialien, das ist ein bisschen schwieriger zu beschwören. Ist aber eine sehr schöne Kontrollkarte, wo man ihn halt mit drei Materialien irgendwann dann drauf hat. Wird der mehr oder weniger zu einem Dryden, zu einem Drachzack quasi des eigenen Decks, was den Gegner dann wieder kontrolliert, was sehr, sehr schön ist. Braucht man öfters mal gegen einige Decks, die ein bisschen aggressiver sind und wenn man wirklich schon den Krödelich-Umwerfen auf dem Feld hat, dann ist das eine gute Addition fürs Feld, weil damit hat man quasi doppelte Kontrolle, einmal Effektkontrolle und einmal wirkliche Feldkontrolle, womit man sein Feld halt super kontrollieren kann darüber, dass der Gegner nicht wirklich da durchkommt. Dann kommen wir zu dem All-Star des Decks, dreimal krödelich umwerfend, sehr sinnvolle Erweiterung seit Invasion Vengeance für das Deck, sehr, sehr starke Karte, ermöglicht die gegnerische Karte zu annullieren und die dann auf eigene Spielfeldseite zu setzen, sei es jetzt ein Monster oder sei es eine Zauber- oder Fallenkarte, was sehr, sehr stark sein kann. Wurde öfters benutzt, diese Karte kann hier locker in diesem Deck dreimal, teilweise sogar in einem Spielzug rausgequetscht werden, was sehr, sehr stark ist und ihr Effekt zum Spezialbeschwören eines Frosches wird tatsächlich mal hier aktiv genutzt, was wir so bei den anderen Waffen-Decks bisher noch nicht hatten, die über Level-4er mit Bahamut-Tiders gemacht haben, weil normalerweise kam der halt ohne Exis-Material aufs Feld, hier kommt er mit Exis-Material aufs Feld und kann damit quasi noch mehr Vorteile aufbauen, indem man halt Täuschungsfrosch oder Austauschfrosch direkt aus dem Deck spechelt und damit quasi sich mehr Vorteil generieren kann und ist eine der wichtigsten Kontrollkarten in dem gesamten Deck. Äh, ja. Dann kommen wir noch zu ein paar anderen Karten. Ich spiele Zommer Katzenhai, der ermöglicht OTKs, der verdoppelt die Angriffspunkte von einem, ich glaube, Rang 4er oder Niedriger, glaube ich. Ähm, sehr, sehr praktisch. Er ist auch Stufe 2 und, ähm, ja, Wasser. Deswegen kann man ihn relativ einfach hier drin machen und ermöglicht halt so einen Kürtel-Umwerfen mal auf 4-4 zu gehen, was ziemlich praktisch sein kann. Oder halt, na, normalokarisch und ziemlich, ziemlich, äh, auf 4-8 zu gehen und dann halt noch mit Kontrolle durchschießen, ist schon ziemlich praktisch und wird sehr oft für OTKs genutzt. Ähm, dafür benutze ich ihn meistens. Äh, auch eine gute Kombination mit der Gusto Phoenix, weil der ja zwar mal angreifen kann, äh, kann man ihn dann halt damit auch nochmal seine Angriffspunkte verdoppeln, kann er quasi 6000, äh, mehr oder weniger mit 2 Hits geben, was ziemlich geil ist, weil normalerweise sind ja die Rank 2s relativ schwach, ähm, Katzenheil möglich, das alle sehr, sehr stark zu machen und der Gusto Phoenix ist dann eine sehr gute OTK-Karte beziehungsweise eine, die halt sehr viel Schaden reindrücken kann. Wir haben eine Karte, die man normalerweise eher so in Rang 3-Deck sieht, äh, sieht, betäubende Magierin. Ähm, sie gilt aber nicht nur für Rang 3er, sondern für Rang 3er oder Niedriger. Ähm, man kann sie als Xyz-Beschwung mehr für 2 rüberlegen und hat man ein Monster, das durchschlagenden Schaden macht, ähm, kann man oft mit dem Opa Binia benutzen, wenn man quasi sein gesamtes Xyz-Material verbraucht hat oder eigentlich die, ähm, was man eher seltener machen möchte, ähm, tatsächlich die Falle abgehängt hat und dann eher nur noch mit einem Monster darunter, ähm, archiviert ist, mehr oder weniger auf dem Feld, dann legt man die auch mal drüber, damit man halt ein bisschen, ähm, ja, wieder Damage daraus machen kann. Das ist ja praktisch auch sehr oft gemacht, ähm, weil oft mal irgend so ein Xyz-Monster da liegen bleibt, dass man nicht mehr viel macht, dann macht ein betäubender Magier das Ding wieder spielbar. Ähm, jetzt kommen wir zu 4 Karten, die ich einfach nur so Optional reingelegt habe, äh, die kann man durch andere ersetzen, wenn man die hat, ähm, ich habe alle von denen nicht benutzt, ähm, theoretisch sind sie in einigen Matchups ganz gut, ähm, kann man, kann man spielen, muss man aber nicht, wir haben einmal einen Geistertrick, süßer Boss, ähm, wollte ich einfach mal endlich mal spielen in einem Deck, ziemlich witzige Karte, damit kann man quasi alle der Zodiacs mehr oder weniger vom Feld schießen und deren Zonen, äh, belegen, was ziemlich cool ist, ähm, kann man machen, muss man aber nicht, ähm, da kann man auch einige der anderen Karten spielen, haben wir einmal Nummer 45 Crumble Logos, der ein interessantes Skill-Drain mehr oder weniger ist und eine gute Base-Stats hat mit 2-2 Angriffspunkten, was sehr, sehr praktisch sein kann, wenn man über bestimmte Monster gehen möchte, ähm, dann hat natürlich, natürlich hat das der der köttliche Umwerfend auch, aber zwar in anderen Decks, wo man köttliche Umwerfend nicht machen kann, ist eher eine gute Option, ähm, habe ich jetzt auch nicht wirklich gebraucht, dann Himmels-Kavalerie Kornblume ist so eine Karte, die wichtig ist, um Monster loszuwerden, die man nicht anvisieren kann durch Karten-Effekte oder so, die entsorgt sie dann durch ihren Effekt, weil sie kann einfach Monster reinrennen, zurück, äh, ich glaube, sie packt sie überhaupt ins Deck oder aufs Deck, glaube ich, äh, wird auf die Hand zurückgegeben, äh, und dann, äh, ist man mehr oder weniger erstmal losgeworden im Feld und kann wieder direkt angreifen, sozusagen, wenn man gegen Kosmos oder so spielt und die Schiffe wieder zurückgibt, das kann ganz praktisch sein und dann noch eine Nummer F0, äh, utopische Zukunft, falls man wieder so ein paar Exis-Monster rumliegen hat, die man nicht braucht, ähm, kann man das da zu umwandeln und gegen Kosmos kann das auch ganz praktisch sein oder gegen andere Decks, die halt so Monster spielen, die nicht, äh, durch Karteffekte anvisiert werden können. Puh, das war schon eine Menge und wir sind, wir sind einfach noch beim Deck-Profighter, oh my goodness, ähm, ich habe, ich erkläre ja heute auch ein bisschen mehr, ja, hilft ja vielleicht euch auch. Äh, bei dem Side-Deck habe ich, äh, mich entschieden, zwei Schwarz-Löcher zu spielen, wenn ich mal Second gehe, äh, was sehr oft passiert, weil man möchte meinen Deck nicht wirklich anfangen lassen. Das ist eine sehr schöne Sache, um, äh, gute Boards wegzulegen. Äh, dann zweimal Kosmos-Zyklon, habe ich fast immer reingesightet, das ist quasi nochmal ein Extra zu Olinoides, äh, der uns einen weiteren MST mehr oder weniger bringt, durch Verbannung, kann praktisch sein, gegen Artefakte, aber auch gegen andere Decks, wie zum Beispiel Metal-Foes oder Decks, die Skalen brauchen, kann man die entsprechenden Karten banischen und, ähm, war eine sehr, sehr gute Karte, habe ich oft drei, äh, hab ich meine, ich bin eigentlich fast immer reingesightet, seit ich habe gegen Deck gespielt, was überhaupt nichts spielt. Äh, dann noch im Side-Deck ein reißenden Tribut, wenn man Second geht, kann das ganz gut überraschen, wenn man, der Gegner dann auch immer ein bisschen overextendet und rüber, äh, da reinbeschwört. Dann, ähm, Drama-Antimagischer Duft, weil wir spielen da sowieso nur fünf Zauberkarten main und theoretisch können wir das noch ein bisschen runterdrehen, wenn wir möchten. Wir können theoretisch auf die volle Fallmöhre gehen, vor allem gegen Pendeln, Kartentyp, Fusion, Synchro oder Xyz und falls zwei oder mehr Monster des, äh, entsprechenden Typs auf dem Spielfeld liegen, dann lassen jede Spieler, äh, oder alle Spieler die Monster entsprechend vor Feld auf dem Friedhof legen. Was sehr, sehr cool sein kann gegen Zodiacs, weil die oft mehrere Xyz rumliegen haben, dann sagt man einfach Xyz und dann legen sie das gesamte Feld weg. Ist quasi so ein Pseudo-Reißener Tribut, den man anketten kann, äh, auf irgendwie eine bestimmte Situation, die, äh, die man klären möchte und, äh, sie liegt auf dem Friedhof, sie zerstört nicht, das heißt, viele Sachen werden gar nicht getriggert, was sehr, sehr praktisch sein kann. Ähm, 60 Kartenvarianten spielen die meistens schon im Main-Deck. Ähm, ich hab sie ins Side-Deck gepackt. Und dann kommen wir zu den, äh, kaiserlichen Karten. Wir haben nämlich jetzt endlich, äh, von der Bandlist ein bisschen Support für Kaiserliche bekommen. Äh, wir haben dreimal die Kaiserliche Eisenmauer, die halt sehr schön in dem Deck selbst ist, weil die ganzen, ähm, wo sind die, die ganz paleozoisch, die normalerweise, ja, wenn sie als Xyz-Material benutzt werden, gehen sie wieder in den Friedhof, was sehr, sehr praktisch ist, aber wenn die mal auf dem Feld liegen bleiben, kann man sie mit Kaiserlicher Eisenmauer, äh, mehr oder weniger dazu zwingen, selbst wenn sie vom Feld auf dem Friedhof gelegt werden, äh, verbannt werden sollten, würden die das nicht, weil dann müssen sie wieder in den Friedhof wandern, was sehr, sehr praktisch ist und sehr, sehr schön ist gegen Infernoids, ähm, damit sie ihre ganzen Karten nicht verbannt können. Und dann die letzte kaiserliche Karte ist, äh, Kaiser, äh, ja, Imperial Order, ähm, ja, eine Karte, die man theoretisch auch jetzt mittlerweile im Main-Deck spielen kann, ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ich hab sie lieber im Side-Deck gehabt, weil ich hab, spiele halt auch Selbst-Spells und das kann halt nach hinten ein bisschen in die Hose gehen. Ist in diesem Deck, äh, man kann sie selbst, ähm, ja, diesen Kaiserlichen Fehl kann man ja selbst mit Olenoides schießen, wenn man selbst eine Fallenkarte hat, die wie ein MST agiert, ähm, kann aber natürlich, äh, ein bisschen in die Hose gehen, deswegen hab ich gesagt, ich spiel sie lieber im Side-Deck, Main-Deck ist sie aber theoretisch auch Spiel, beim 60-Karten-Varianten wird man sie wahrscheinlich später mal im Main-Deck spielen. Was ich aber interessant finde, ist ihr, ihr Original-Effekt-Text, der hier draufsteht, As long as this card remains face-up on the field, negate the effect of all Magic-Cards, pay 700 Life-Points during each of your standby phases. If you cannot, this card is destroyed. Selbst die alten Originalkarten, das ist der First Print, der erste Print aus, äh, Pharaoh's Servant, sagt nicht, dass der, ähm, Karteneffekt optional ist, was man bezahlen muss. Ich wundere mich, was Konami damals mit der Karte gemacht hat, dass es doch optional ist. War das im Original-Japanischen so gedacht? Oder warum hat sie überhaupt eine Rate bekommen? Weil für mich klingt, der Original-Print wie der aktuelle Reprint. Da steht nicht von optional was. Ähm, okay. Ähm, sehr gute Karte halt, äh, einfach alles Beste gieren, die da so rumgammeln, natürlich einen in die Hose geben, weil man immer 700 Lebenspunkte bezahlen muss. Aber durch, äh, Olenoides haben wir die Möglichkeit, das auch Ding selbst, äh, zu entwerten. Und dann, äh, ja, den Gegner weiter zu nerven. Ja, das war das Main-Deck, Side-Deck, Extra-Deck. Ein bisschen sehr ausführlich heute, aber ich wollte mal das Deck erklären für einige Leute, die das Deck noch nicht kennen. Und, ähm, ja, ich hab das eigentlich, fand das ganz cool, dass ich letztes Jahr auf der GYL gespielt hab und dachte ich mir, jetzt kann ich's mal spielen, weil ich hab eigentlich alles für das Main-Deck mehr oder weniger. Ich hab jetzt nicht für die ultra-krassen Top-Varianten mehr oder weniger. Die ganz geilen Karten, aber, äh, hab ich gesagt, ja, passt schon. Damit kann man, denke ich mal, auch gut auf Locals gehen. Und, ähm, jetzt kommen wir einfach zu den Match-Ups. Ich erzähl euch ein bisschen, äh, wie es lief. Äh, erste Runde ging es gegen ein Pendel-Deck. Das war Magia mit Magispector. Äh, das war quasi mehr oder weniger so, wie ich sie damals 2015, ich glaub, das war Ende 2015, gespielt hatte, ähm, wo sie grad mit den Structure-Decks rausgekommen ist. Ähm, der konnte nicht viel machen. Ich hab, ich hab, meistens irgendwie Olynoides immer gesucht und dann wieder geschossen und dann wieder geschossen. Er kam nie wirklich ins Spiel. Ich konnte alle seine Plays aufhalten und, ähm, konnte ihm dann irgendwann einfach, äh, komplett rausgrinden. Was ich auch sagen muss, dieses Deck ist einfach so krass widerspenstig beim Ressourcenverlust. Es passiert, du verlierst einfach keine Ressourcen. Dadurch, dass die Feindkarten immer wieder in den Friedhof gehen und wieder auf, äh, wie sie sich auf Spezialbeschwörungen beschwören, geht man nie an Ressourcen aus. Und man kann so lange grinden, bis der Gegner irgendwann keine Ressourcen mehr hat und dann kann man ihn irgendwann halt wirklich, ja, fertig machen, weil er einfach keine Ressourcen mehr hat und dann halt immer noch Plays. Was ziemlich krass ist und was auch eins der Stärken und der Vorteil des Dexes und es ist nicht wirklich davon abhängig, dass man First gehen muss, weil, äh, man kann auch mit Second mit den ganzen Feindkarten den Gegnern nachher richtig auf die Eier gehen. Ähm, dann ging's Runde Nummer 2 gegen, äh, unseren Kollegen gegen ihn auch letztens, als wir ihn jetzt so hochgespielt hatten, schon gespielt hatten, äh, als er noch Harpien-Beschwörer gespielt hat. Diesmal hat er pur Harpien gespielt. Ähm, ich hatte Schiss vor der Feldzauberkarte. Zerbersten lassen, äh, mit spezifischen Karten, die das Deck spielt. Dann kann man bis zu 3, 4 Ballantraps schießen in einem Zug. Ähm, Game 1 kann man nicht wirklich ins Game, da konnte ich ihn gut austannen. Game 2 hat er ein bisschen richtig gut abgerockt. Ähm, er hat auch mit der Feldzauberkarte eröffnet. Ich hatte zum Glück, äh, einen Kosmoszyklon und einen Eulinoides, um die aufzuhalten. Deswegen war das dann nicht so schlimm. Ähm, er konnte aber danach richtig gutes Feld aufbauen. Er hatte, ähm, ich glaub vier Monster oder fünf Monster später gehabt. Aber die konnte ich nachher dann auch umrennen. Ich hab, das wichtigste Monster hab ich, glaub ich, gebuckt. Das war der Utopia, weil ich wollte nicht, dass mein Tod, äh, wirklich dann umgerannt wird und dann nicht triggert. Und, äh, dann konnte ich ein relativ einfaches 2-0 gegen ihn dann erreichen. Ähm, dann ging's dritte Runde gegen unseren allseits beliebten DDD-Spieler, gegen den ich schon öfters mal gespielt hab. Äh, Revanche Nummer 3 oder so, mehr oder weniger. Letztes Mal hat er noch Zodiac gespielt. Ähm, Game 1 war, ich hab so viel Vorteil generiert. Ähm, und er hat irgendwann, ähm, er hat Soul Charge aktiviert. Das war so kurz vor Schluss bei ihm. 2-6 Lebenspunkte. Ich hatte ne Krötlich Umwerfen auf dem Feld und er hat dann, äh, gewählt mit zu sehen, also ich so, welche Ziele wählst du? Er hat ein Ziel gewählt, er hat ein zweites Ziel gewählt und dann hat er ein drittes Ziel gewählt und ich so, okay, er wählt 3. Lass dich durch, annulier dich nicht, will ich gar nicht annulieren mit Krötlich Umwerfen. Er beschwert sich nicht so, ja, Glückwunsch, dass ich grad dich selbst umgebracht. Du hast nur noch 2-6 Lebenspunkte. Du verlierst jetzt 3.000 Lebenspunkte und bist auf 0. Glückwunsch, dass ich selbst umgebracht. So, und dann, äh, Spiel Nummer 2, ähm, hat er ein bisschen besser, ähm, ressourcentechnisch mich, äh, ja, ein, reinhalten können im gesamten Game. Ich kam nicht wirklich ins Game so, ich hab sehr viele Traps gebanished irgendwann gehabt und, ähm, aber er hatte halt auch lange Zeit sehr viele von seinen DDD Spell and Traps auf dem Feld, sodass er sich auch langsam wieder runtergeburnt hat mit Zug für Zug für Zug und irgendwann war Timeout und, äh, im allerletzten Spielzug, wo er dran war, äh, hat ihn dann, ich glaub, die Heck, ich glaub sogar 2 Traps, Spell and Traps hat er auf dem Feld gehabt. Die haben ihn dann endgültig umgebracht. Ähm, ja, äh, das war total witzig. Der DDD-Spiel hat sich selbst mehr gekillt, als ich ihn wirklich, äh, angefasst hab. Game 1 hatte ich sehr starkes, starkes, dominantes Feld. Game 2 eher weniger und, äh, ja, deswegen ist es dann am Ende ein 2-0 geworden. Ähm, ich kann ja jetzt schon mal sagen, welcher Platz ich am Ende geworden bin. Ich bin Erster geworden. Wuuuuh. Äh, weil ich dachte so, okay, nach drei Runden ist bestimmt Schluss und dann hatten wir aber doch noch einen, gegen den ich spielen muss und das war ein Anti-Deck. Also war richtig, richtig Anti-Anti-Deck, so mit Pachi, mit Thunder King, mit Wangu, einfach alles und ich so, okay, Game 1 hab ich angefangen. Ich hab da Kröten aufs Feld gekotzt. Ich hab so viel Monster raufgekotzt. Ich hab ihm alles annulliert. Konnte nix machen. Game 2, ähnlich. Ich hatte, glaub ich, irgendwann drei Kröten auf dem Feld. Ich hab ihm einfach alles annulliert. Ich hatte irgendwann, mein halbes Feld war mit seinen Karten zugefüllt. Ähm, alles annulliert und dann, äh, ja, 2-0 gewonnen. Und damit, äh, ja, sind wir, wie gesagt, eben Erster Platz geworden und, ähm, ja, keine einzige Niederlage. Äh, ja, ich bin überrascht. Ich hab das Deck halt so lange nicht mehr gespielt gehabt. Ich hatte das bei Slash & Action gesehen. Ich hab gesehen, wie er das gespielt hat und ich hab es selbst dann nicht einmal ausprobiert gehabt und ich sehe jetzt halt den Vorteil oder das Potenzial in dem Deck, warum es so gut ist. Sehr viel Grindigkeit, wie man es nennt. Es kann sehr lange ausdauern spielen und halt kann extrem viel absoluten Hass im Main-Deck spielen, was viele der aktuellen Metadecks wirklich auf die Eier geht und das ist mehr oder weniger der Vorteil davon. Ich hab hier so mehr oder weniger wieder so eine Art Ghetto-Variante gespielt, so ein Mix aus dem, was ich grad so hab und hab das Beste draus gemacht. Ähm, muss nicht unbedingt der beste Bild sein, aber das ist der Bild, den ich momentan zur Verfügung hatte. Ähm, ich hab noch drei Booster. Nochmal, ähm, bevor wir die aufmachen, nochmal, ähm, wir haben kein Teilnahmepack. Das liegt daran, dass das die letzten OTS-3-Packs waren. Wir hatten, glaub ich, acht OTS-3-Packs oder so. Die haben wir dann im Endeffekt ausgeteilt, äh, als Preispool für die Spieler und, äh, das Teilnahmepack gab's ja dann nicht mehr und, äh, wir haben dann uns dafür entschieden, dass nächste Woche kommt Tournament-Pack 4 raus und wir haben gesagt, okay, dann komm einfach nächste Woche und dann holen wir uns dann dort unser Starter-Pack ab. Das heißt, nächste Woche wird es mehr oder weniger noch ein extra Pack geben für diese, äh, Episode. Äh, das wird ein OTS-4 dann sein. Das kann ich jetzt nicht öffnen, daher hab ich nur meine drei Gewinner-Packs, die werden wir gleich öffnen und, äh, daher kann ich jetzt nicht wirklich mal alle meine vier Packs aufmachen, deswegen werden wir nächstes Mal ein bisschen mehr haben und, ähm, ja, nochmal zu dem DDD-Deck, wie ich gerade eben gesagt, äh, ich hab, ich wollte unbedingt vier Meter mehr als DDDs ausprobieren. Ich, ich hab das Deck versucht zu lernen, ich, ich hab irgendwann aufgegeben, ich hätte einfach keinen Bock mehr drauf. Äh, Paläozoische hatte ich schon mal gespielt, ich hab das Deck mehr oder weniger, hab's dann zusammengebaut, es hat mir einfach deutlich mehr Spaß gemacht, weil es einfach viel mehr in meinem Spielstil fittet. Ähm, DDD, tut mir leid, ist halt einfach nicht ein Deck, was ich wirklich spielen kann und auch nicht spielen möchte. Ich hab mich dieses Mal wirklich auf, äh, auch teilweise mit Decks auseinandergesetzt, die ich nicht unbedingt spielen möchte, zum Beispiel Zodiacs, die wollte ich gar nicht spielen, hab sie dann am Ende dann doch gespielt, äh, weil ich das Deck halt hatte. Ähm, dafür war der Meta-März ein bisschen da, dass ich auch ein bisschen andere Decks ausprobiere, zum Beispiel auch Paläozoische, hab ich jetzt da seit einem halben Jahr oder so nicht mehr angefasst. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, ob ich es überhaupt angefasst hätte sonst. Ich hab zwar die Toads gehabt, aber hab nie dran gedacht, das Deck zu bauen. Ähm, aber im Meta-März hat mir das eigentlich so gut gefallen, dachte ich mir dann, okay, probier's mal aus. Deswegen war das so ein bisschen, eine kleine Erfahrung auch für mich mal, so ein paar Decks auszuprobieren, die ich sonst nicht so spiele. Und, äh, ab jetzt wird es ganz normal wieder meine normalen Decks geben, auf die ich so Bock hab und mal wieder updaten möchte. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den OTS-3-Packs, äh, mal sehen, ob wir in den Ulti gehen. Ich glaube nicht, ähm, ist es ja nicht so unser Metier hier. Ähm, ich hoffe, dass OTS-4 da vielleicht ein bisschen anders sein wird, weil vor allem die Ultis dort mir sehr, sehr gefallen. Schauen wir mal an. Wir haben einen Verdammlungs-Schamane, einen seltenen Fisch, sehr schön, und eine Himmels-Iris als Super-Rare. Heute haben wir eine sehr, sehr lange Episode, tut mir leid, äh, aber ich wollte mal das Deck wirklich ausführlich mal beleuchten. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Einsteiger. Zauberer der Dämmerung. D-Decree, und dann haben wir Majideflektor als Super-Rare. Haben die einen unterschiedlichen, die sind nach außen gewölbt und die so gewölbt. Okay, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil Super ist, dass die unterschiedlich aus einem Set gewölbt sind. Okay. Gut, das letzte OTS-Pack. Und dann nächste Woche gibt es dann ordentlich OTS. Ähm, vielleicht aber auch nicht, wenn es nicht so gut läuft. Wir haben eine Schleimkröte. Schleim mit dem Kopf einer Kröte ergreift durch schreckliches Quaken an. Zombie des Gleichklangs und Paladin von Felgrant. Yay, vielleicht sollte ich mal auch meine Künstlerdrachen wieder auspacken. Wird auch mal Zeit, vielleicht werden wir dieses Jahr machen, weil wir etwas mehr Locals-Besuche haben als die letzten Jahre. Ich hoffe, euch hat diese sehr umfangreiche Episode gefallen. So umfangreich werde ich auf künftige Decks wieder nicht eingehen, weil wir sehr viel wiederholen werden, was wir ja schon bisher gespielt haben. Ähm, ich hoffe, es war dennoch lehrreich für einige Einsteiger. Das war's dann hier von mir und wir sehen uns ab nächster Woche wieder zu regulären Locals ohne oder mit weniger Meter oder halt mit dem, was ich gerade so liegen habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.